So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Elite Dangerous. Beim letzten Mal haben wir uns auf den Weg gemacht zu einem neuen Community-Goal, nur um dann festzustellen, dass wir definitiv nicht so weiter entfliegen müssen, wie wir es getan haben. Richtig. Und deshalb springen wir jetzt raus und wieder zurück. Um dann wieder beim Stand zu landen. Das wird wahrscheinlich am schnellsten gehen. Ja, das geht definitiv schneller, als wieder die 35.000 Lichtsekunden zurückzufliegen. Jo. Wir nehmen einfach mal hier Sumare. Das ist das nächste System. Ja, das wollte ich gerade sagen. Nehmen wir einfach das nächste System. Sumare. So, wo müssen wir denn da hinter die Station? Natürlich ist es jetzt unpraktisch. Aus der Station, was? Einfach aus der Station rausfliegen und hochziehen. Ja, aber das ist jetzt quasi genau hinter dem Würfel so, mehr oder weniger. Aha. Echt? Ja. Eigentlich nicht. Oder der Würfel hat sich jetzt gerade so gedreht, dass es jetzt so ist, ja? Ja, ist gut möglich, ja. Da hatte ich Glück beim Rausfliegen. Ach, komm schon. Aus der Sperre. Ach, hier ist immer ein Kampfbereich, ne? Toll. Super. Ganz großes Kino. Geringe Sicherheit. Sauber. Das System ist sauber, aber sehr unsicher. Oder du brauchst nur eine geringe Sicherheitsstufe. Ach so. Ja, ich weiß nicht, wie das gemeint ist. Ich glaube, so war das gemeint. Vielleicht ist es einfach nur schlecht übersetzt. Wahrscheinlich Sicherheit im Sinne von Security. Im Sinne von Safety. Ach so, ich wollte gerade sagen, gibt es da noch einen Unterschied. Ich meine, ja. Ja, nachdem du dann Safety noch gesagt hast, ist es mir auch aufgefallen. Aber davor habe ich es irgendwie nicht so ganz, also da habe ich nicht dran gedacht. So, ich bin dann schon wieder da. LHS 2094. Ah, noch nicht ganz, aber fast. Also, wir könnten natürlich in die Navigationsbrille fliegen, die es 3,30 Sekunden entfernt, vom 1 Punkt Punkt. Das wäre am nächsten. Ja gut, wir könnten auch direkt Richtung Planet 1 fliegen. Äh, A1. 1A. Wie ist die nummeriert? AA1. A1, okay, ja. Es gibt A1 und es gibt A1A. A1A müsste dann um A1 kreisen. Ja. Ja, das ist ja dann wieder ein Mond. Wir wollen ja aber A1. Ja, ja, dann fliegen wir zu A1. Ich gucke nochmal. Ach so, ne, ich kann nicht auf die Galaxienkarte gucken. Wow, wow, wow. Bisschen dicht am Stern. Tausendlich Sekunden entfernt. Was? Ich war ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich bin sehr dicht am Stern rausgekommen gerade. Ach so, ich habe irgendwie den Eindruck, dass man immer ziemlich dicht am Stern rauskommt. So, A1A. Nein, A1. Äh, ja, meine ich ja. Aha. Nicht, dass du dann woanders hinfliegst, als du dann denkst, ja, also, oder dass du, als du meintest. Ja. A. Ja, A1A sieht gut aus. Äh, A1 sieht gut aus. Das hat immerhin ein Ringsystem. Das heißt, da wird es wahrscheinlich Ressourcenabbau-Standorte geben im Ringsystem. Wahrscheinlich, ja. Nicht wirklich schneller, aber ich bin halt vor dir. Ja. Und dadurch, dass ich vor dir bin, auch schneller und deswegen noch weiter vor dir. Du verstehst, was ich meine, oder? Ja, tatsächlich. Oh, ich weiß. Ausführungen ergeben tatsächlich nicht. Ne. Ja. Völlig unmöglich. So, ich muss mal ein bisschen langsam machen, sonst stieg ich auf den Gasplaneten drauf. Das ist unpraktisch. Zu viel Gas gegeben, ne? Aha. Äh. Oh je. Kann mich bitte jemand erlösen? Einziger Ausweg Notschlachtung. Einziger Ausweg doch auf den Planeten stützen. Richtig. Aha, da ist doch schon mal ein Rohstoff-Abbaustandort. Ach stimmt, wir wollen ja gar nicht auf den Planeten. Zwei, drei, ich sehe schon drei. Gefährlich, gering, hoch. Was ist denn jetzt schlimmer, gefährlich oder hoch? Ja, gefährlich klingt doch perfekt für uns. Ja, spring einfach in irgendeine Reinigfolge. Ich nehme den gefährlichen, hier gibt es drei. Wie gesagt, einmal gering, hoch und gefährlich. Ich habe die gesehen, aber wie gesagt, ich will ja dir folgen. Ja, ich nehme den gefährlichen. Gut. Gefährlich, ja genau. Falls der uns dann doch zu viel wird, können wir gerne raus und in den hohen. Und wenn der dann immer noch zu hart ist, gehen wir halt in den niedrigen. Ja. Oh Mann. Was ist denn der niedrige? Ach, der ist hinterm Planeten. Ja, jetzt schon. Gerade eben war es logischerweise noch nicht. So. Ist der Abbaustandort jetzt oberhalb oder unterhalb von dem... Planeten? Nee, von einem Ring. Der Ring ist so dünn, das macht überhaupt keinen Unterschied. Das ist quasi im Ring. Und der ist wirklich ziemlich dünn. So, ich bin drin. Ding fehlen, das System ist hier halt nicht verfügbar. So, erstmal Energie auf die Waffen und die Waffen ausfahren. Dann gucken wir uns mal um und scannen ein bisschen. Oh nein. Was? Oh, das erweckt Erinnerungen. Ja. Was? Wieso? Das letzte Mal, als wir es geschafft haben, dass wir beide in einer Folge gestorben sind, dann war das in so einem System, weil wir gegen so einen Asteroiden geknallt sind. Achso. Ich habe hier eine gesuchte Cobra im Zweierwing mit einem Steinsbrocken. Nein, noch eine Cobra. Im Zweierwing. Die Cobra und der Stein. Ja, das sind zwei Cobras. Ach, hier ein T-Scanner würde jetzt den Sinn machen, ne? Ja, aber ist nicht. Ich glaube, das lohnt sich dann doch nicht. Das dauert einfach zu lang. Ja, willst du jetzt die Cobra klatschen? Ja, klar. Die sind gesucht. Ja, okay. Bist du in der Nähe? Ja, ja, ich bin... Okay, dann schaue ich mal drauf. Ach, Düppel. Ach man, oh. Ja, Düppel und dann fang ich meine Schütze an, auf den anderen zu schießen. Na, danke auch. Ja, das ist ja immer ein Geschwader. Also, ich meine, der würde dich sowieso angreifen. Ja, ich finde, ich liebe sowas. Oh, das... Oh, Mann. Oh, ja, der wird aber wieder ordentlich frittiert. Joa, ist schon tot. So, war die andere da? Ja, fließt auch schon. Ist gar nicht so ohne. Oh, 17.000 Credits. Das ist okay für so eine Cobra. Ups, beinahe gerannt. Aber jetzt müsst ihr ja... Du scannst jetzt nicht, oder? Was? Du scannst die ja nicht. Ne, ich scanne jetzt nicht mit dem T-Scanner. Ach, wobei... Haben wir ein Anarchie-System hier? Äh, nein, aber... Ja, schweinlich ein Anarchie-Gebiet quasi. Ne, aber das funktioniert. Also, ich glaube, der T-Scanner bringt nur was, wenn du in einem Anarchie-Gebiet bist. Ach so. System meinst du jetzt? Äh, ja, Gebiet... Ähm, System, genau. Ja, okay, dann ist der hier wirklich nutzlos. Oh, 43.000 Credits. Ja. Ja, weil ich habe jetzt den gescannt, habe das gleiche gekriegt wie du. Oh, ah! Ah, was habe ich denn jetzt ge... Ups, ich habe irgendwas gerammt. Entweder mich oder irgendein Stein. Ne, das war... Das war ein Schiff. Ein fremdes Schiff. Oh. Und das war auch nicht wirklich. Das hat es mir aber scheinbar nicht übel genommen. Oh, ne Python. Tödlich. Ach, sauber. Beschießt aber irgendwas. Im Geschwader 1 von 2? Hm. Was schießen die da hinten? Asp Explorer? Ja, die schießen auf die Asp. Können wir aber mal mitschießen. Wenn da schon ne Python draufschießt. Joa, ok. Oder was genau schießt hier? Powerful claw meinst du, oder? Doch, ich meine, die Python schießt. Äh, ja. Genau, ok. So, ich warte mal noch ein bisschen nach. Ach, die kann ich jetzt vielleicht so lang scannen, bis die Python sich mal ein bisschen ausgetobt hat. Nice. Oder... Falls es was bringt. Du hast ja irgendwie meint, es bringt nichts, aber ich meine... Ich meine, es bringt nichts. Wir können es jetzt mal ausprobieren. Wir können es dann nochmal andersrum ausprobieren. Ich scann jetzt mal nicht und wir scannen es wieder, oder? Ja gut, wir kriegen eh beide das gleiche, oder nicht? Ich hab sie jetzt auf jeden Fall gescannt. Sollen wir mal schießen jetzt? Ja, ja. So. Oh ja, die leidet ein bisschen jetzt. Na, so ein bisschen. Hier fliegt aber auch echt viel Kram rum. Allerdings ist es hier wieder ein relativ angenehmes Gebiet, in dem man kämpfen kann, weil hier nicht die ganzen Brocken rumfliegen, weil wir ja so ein bisschen oberhalb oder unterhalb vom Ring sind. Ja gut, außerdem sind die Brocken hier weiß, also deutlich besser sichtbar. Ja, das stimmt. Alter, 87.000? Oh ja. Ja gut, ich mein, wenn wir für die Cobra gerade eben irgendwas mit 30 oder sowas bekommen haben. Was war denn das, wofür wir jetzt nur 17 gekriegt haben, war das nicht eine Cobra? Das war die erste Cobra. Die war wohl nicht so gefährlich. Nicht so stark gesucht. Tödliche. Achso, die Python ist sauer. Das fährt doch ganz schön. Gesucht. Da ist ein Diamond Back Explorer. Der hat noch 20% Hülle und da hat die Python gerade mit drauf geschossen. Äh, äh. Ich hab ihn markiert. Okay, ich schiefe mal drauf. So. Lechimäre? Ja, genau. Ja, ist schon tot. Komme ich nicht mehr ran. Hat zwar wieder Städte gekriegt, aber es ist 35.000. Dreh ich mich aber wieder um zu dem, was ich eigentlich anvisieren wollte. Ja. Wo ist es jetzt? Da fliegt was. Nee, das war nicht das. Oh, hier wird geschossen. Ja, genau, der Imperial Clipper hier. Und was ist das da? Ach, das ist Star of the... Das ist Federal Gunship. Ich glaube, wir schießen zuerst auf das Gunship, oder? Mir egal. Der Imperial Clipper hat jetzt gleich keinen Schilder mehr, aber... Moment, die schießen gerade gegenseitig aufeinander? Die sind beide gesucht, aber sie schießen sich gegenseitig. Lol. Dann würde ich sagen... Beschießen wir erstmal mit dem Clipper. Ja. Der wird mehr aushalten. Der Clipper, der wird schneller tot sein, meine ich, wenn der andere schon drauf schießt. Ja, ja, ich meine nur, der hält an sich halt mehr aus. Also es macht keinen Sinn, das in anderer Reihenfolge abzuschießen. So, wo war es der andere? Der müsste jetzt irgendwo hinter mir sein. Nein, das ist noch nicht... Das war dort schon ein Imperial Eagle. Ich habe hier eine Imperial Eagle, die können wir auch drausschießen. Ist auch gesucht. Ja. Ach ja, komm. Nehmen wir mit. Angeblich gefährlich, aber ich meine, das ist eine Eagle. Eine Imperial Eagle, okay, aber trotzdem noch eine Eagle. Imperial nicht so gefährlich. Eine Eagle mit Doppeln, glaube ich, oder? Ja. Ach nee, eine Eagle einfach recht weit weg. Ja, ich muss gerade überlegen, ob es jetzt die Doppel sind oder ob es die Entfernung ist. Die Größe des Schiffes. Ich glaube, es ist eher die Entfernung. Jetzt machst du gerade so ein bisschen den Döner im Schiff. Ja. Aber anders als sonst. Ja. Dreht... Hm, okay, dreht sich etwas komisch. Oh, tot. 17.000, nicht schlecht. Schon ganz okay für so ein kleines Minischiff. Ja, so, was haben wir jetzt da hinten? Ah, da ist... Da ist das Federal Gunship. Sehr gut. Was liegt daneben? Ähm... Noch ein Federal Assaultship in Zweier-Wing? Hä? Äh, also, so rückblickend betrachtet sind die Geschütztürmer vielleicht doch gar nicht so schlecht, weil die halt dann gerade bei der FDL dafür sorgen, dass du die Gegner beschießen kannst, auch wenn du gerade nicht zugewandt bist. Okay. Also, die vor dir haben. Äh, hast... Getöns. Ja, also, wenn die halt oberhalb von dir sind, kannst du die trotzdem noch beschießen, auch wenn du halt deine kardanischen Waffen nicht darauf ausrichten kannst. Wir sollten auf jeden Fall zuerst auf das Federal Gunship gehen, das ist nämlich allein. Die anderen sind im Zweier-Wing. Ja. Dann, äh, ich seh's, ich hab's markiert und ich bin aber zu weit weg. Ja. Uh, wahrscheinlich gerade auch. Ja, es geht. Warte mal ab, was hier jetzt passiert. Das Zweier-Wing ist jetzt abgezogen. Die haben sich kurz angeguckt und dann ist das Zweier-Wing wieder weggeflogen. So, ob wir aus könnten... Ja, klar. Jo, dann gib ihm. Mach ich. Gib ihm Saures, ja. Apfelschnaps. Zum Halloween... Äh... Ja, passend zum Halloween-Event. Gib ihm Saures, ja. Hätte nicht die Tür aufgemacht. Während dem Flug hat Marco irgendwie nicht die Tür aufgemacht. Da soll sich was schärmen. Ja, das ist fürchterlich. Keine Manieren, der Mann. Ja, teilt aber nicht schlecht aus. Ich glaube, ich hole mal kurz die Düppel raus. Ach, jetzt beschießt er dich, glaube ich, oder? Nein. Doch, jetzt. Ja, weil ich jetzt die Düppel raus habe. Ja, ja, ja. Macht der Sinn, dass er heute macht. Aber er hätte jetzt noch 4% Hülle. Jetzt hat er keine Hülle mehr. Er ist aber noch ordentlich gegen mich gesegelt. Oh, 85.000, ja, das ist doch ganz ordentlich. So, was haben wir den T6, den ich schon mal gescannt habe. Was ist da in der Richtung noch? Ähm, Schiffe sind ja irgendwie nicht mehr so viele unterwegs. Ja. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Was ist denn? In die Richtung. Wieder in Richtung Markierung. Wo ist die denn eigentlich da unten? Wer fliegt denn da noch her? Achso, das ist nur... Ah, okay, das sind nur irgendwelche Container. Nee, hä? Wo ist jetzt die Markierung? Da. Oh, ja, ich fliege mal in deine Richtung. Das war immer noch der... Also Schiffe sind ja keine mehr eigentlich gerade, außer dem T6, der hier aber nur am abbauen ist. Vielleicht fliege ich mal auf die andere Seite. Ah, Moment, da ist wieder was aufgekloppt. T6. Ja, wow. Beschießen wir ein Ausputz-Sieb? Nein. Dahinter habe ich gerade noch was gesehen. Also eigentlich müsste in... Aber in der Richtung des T6 müsste eigentlich was sein, laut Karte. Oder es ist vielleicht auch einfach nur Schrott als Container. Ich fliege mal... Ja, hinter dem T6 war was. Da baut aber nochmal jemand ab, glaube ich. Das hier war jetzt der T6. Oh, ich habe Ferdrill Gunship und das ist... Ich habe eine saubere Python. Warum scannt er so lange? Aha, sauber im Dreierwinn. Verdammt. Eine saubere Python, die er abbaut. Wie sehe ich immer den T6? Ich weiß auch nicht. Was sind da noch? Ah, was haben wir da? Ach, das ist Dreierwing. Ja. War nur der Schrott? Ja, das ist da. Ich habe eine Nachricht gekriegt. Von? Kommandant, wir haben eine Kontaktperson. In unserem System. Die Kontaktperson hat wichtige Daten zu unserem Kunden. Odun, wie Public Party in Headlay-Plattform überbracht. Hey, what? Werden müssen? Ach, dass die zu unserem Kunden überbracht werden müssen. Bitte begeben Sie sich zu Blablabla und bringen Sie die Daten zu uns. Wie ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Auf LHS 294. Vor allem, wieso habe ich nichts bekommen? Ja, man hat auch nur 24 Stunden Zeit und man kriegt nur 12.000 dafür. Ja gut, das... Oh, da hinten wird geschossen. Ganz egal. Ähm. Jo. Äh, da, da, da. Ich sehe es. Da wird geschossen. Die Frage ist, ist da noch was zu holen, bis wir da sind? Ah ja, jetzt sehe ich auch mal wieder Schiffe. Zweierwing. Da ist der andere Teil vom Zweierwing. Was haben wir da? Sauber, sauberen T7 und der wird beschossen von einem Imperial Eagle, der gleich tot ist. Äh, der hat aber noch Schilde und Hülle, ne? Ne. Hä? Der hat noch Schilde, äh, der hat noch Hülle, aber keine Schilde mehr. Hm? Ach, da ist noch ein Imperial Eagle im Zweierwing. Ne, der ist jetzt nicht im Zweierwing, den ich habe. Ach so, ah, der andere ist im Zweierwing, okay. Gut, dann. Der hat noch 50%. Lass vielleicht noch was von ihm über. Ja, ich schieße ihn erst mal an. Ich habe ihn noch gar nicht, ich habe noch gar nicht drauf geschossen bis jetzt. Ach so, ja, dann kann sie jetzt drauf schießen. Ah, okay. Ne, ne. Das war's. Sechseinhalbtausend, aber der hat auch echt nichts ausgehalten. Ne. So, was ist jetzt hinter mir? Selbst für ein Dings, ganz schön wenig, da ist es der T7. Ah, da ist noch Imperial Eagle. Genau, die habe ich gerade gesehen, die hatten noch. Ah, auch nicht im Wing. Hä? Ich habe noch ein Imperial Eagle im Wing. Dann schieße ich erst mal die, die nicht im Wing sind. Ja, das macht schon Sinn, aber ich frage mich nur. Wow. Gerade an die vorbeigeflogen, oder? Aber mal sowas von. Ich schieße mal drauf. Pass auf, das nicht gegen mich knallt. Ich sehe dich nicht, von daher. Ja, aber ich war nämlich gerade knapp unter dir, deswegen. Ja, das ist ein bisschen aufpassen. Und? Ach, Gott. Ja. Na. Ach, Mist. Immer diese kleinen, wendigen Mistdinger. Ja, ich sage halt, deswegen sind die Geschützkümmer vielleicht gar nicht so schlecht. Es ist einfach nur gucken, dass man die Oberseite dahin dreht. Dann ballern die Schuhe und dann ist gut. Peng. Ja. So, jetzt schlieg mal wieder nach hinten. Da ist noch, oh, da wird geschossen. Auf was schießen die hier? Oh, das Federal Assault Ship schießt auf. Oh, was? Da war eine gesuchte Python und sie ist tot? Nein. Nein. Warum haben wir die gerade nicht gesehen? No. So, mit dem ist das Federal Assault Ship geschossen, mit der Imperial Eagle. Genau. Ich würde sagen... Zuerst auf die Eagle? Ja. Ja, doch. Weil, ist gleich tot? Ja, ja. Doch. Machen wir mal. Okay. Du darfst gern zuerst schießen. Ach ja, komm. Das hat aber ganz schön lang gedauert, bis der M-Wing abgedreht hat. Ja, das ist halt... Der hat sich erst überlegt, lohnt es sich für den blöde Eagle? Ja. So, Eagle ist tot. Was habe ich gerammt? Dich wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Wenn du gerade direkt neben mir bist, ist das gut möglich. Ah, ne. Ich glaube, ich habe tatsächlich das Assault Ship gerammt. Ich wollte gerade sagen, du hast nicht mich gerammt. Du bist wahrscheinlich zu weit weg. Ah, Düppel. Was fliegt denn da noch her? Oh, jetzt hat du so weiter gerammt. Was? Sag mal, die ist doch gar nichts auf der Karte. Hier ist doch nur Schrott. Die Walser war halt direkt unter dir. Habe ich die tot gerammt? Nein. Aber ich konnte sie nicht scannen. Ich weiß nicht genau, warum. Die war gar nicht da. Ich habe gesehen, wie die Schilde von der Walser aufgeleuchtet haben. Also... Okay. Oh. Voll, jetzt habe ich das Assault Ship gerammt und das nicht zu knapp. Ja. So gut. Den dünner Spieß gemacht. Na, komm schon. Oh, die ist einfach geschützelt, bis sie wieder nachgeladen werden. Keine Munition mehr? Oder meinst du nur Platz? Ne, nachgeladen. Ah, einfach nur Kampf nachher. Okay. Ja, wenn so ein Geschütz dann bei zwei Schüssen steht, dann denkst du auch so, hm. Schilde sind da. Schilde sind weg. Nun. Und, neun, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Fertig. Geht doch. Peng. Und dann, neun, neun, neun. 82.000. Oh ja, das lohnt sich. So, jetzt sind hier noch Schiffe. Oh, da wird geschossen. Oder ist das ein Abbau? Ne. Ah, gesucht. Da wird ein T-7 geschossen. Eine gesuchte Walser. Genau. Nehmen wir mit, ne? Ja klar. Ach, was fliegt da noch? Ohne FDL. Was ist mit der FDL? Die ist gefährlich und ich habe keine Ahnung, warum ich sie nicht scannen konnte. Sie ist gerade wieder entfernt, wir sind vorbei auf einmal. Naja. Keine Ahnung. Egal. Nehmen wir die Walser. Ja. Und danach fliegen wir hier wieder aus dem Gefahrengebiet raus. Ja. Besser wär's. Okay. So. Siehst du, bist du in Reichweite? Ja. Gut, dann wir sehen wir sie mal weg, ne? Okay. Ganz erst Discord. Schnell das Schiff in Teamspeak umbenennen. Was? Und beschießen. Moment, ich verstehe es gerade nicht, was du meinst. Ach, Discord. Ach so. Die Walser heißt Discord und einfach unser Schiff dann in Teamspeak umbenennen, um es dann abzusießen. Nun. Oh, what? Hallo. Ja. Ich musste gerade scharf nach unten ziehen, um dich zu rahmen. Ja, ich weiß auch nicht. Unser Flugmuster ist über die Folgen hinweg, also endet sich so stark, dass wir dann irgendwie regelmäßig gegeneinander knallen. Ja. Und da ist die FDL wieder. Die ist gesucht. Ah. Ich verfolge die mal kurz, aber ich glaube, wir sollten mal die Folge beenden. Wir sind bei 22,5 Minuten. Das ist übrigens Alexankezlobilian oder sowas. Ach du meine Güte, ich lese es. Ähm, ja, guten Tag. Ja, irgendwas. Ach nee, der Name geht noch, also das Drew hängt quasi noch mit dran, sehe ich gerade. Ja, das siehst du, ähm, unten links. Ja, genau. Das ist einfach seine Abkürzung, Drew. Spitzname. Okay, äh, gut, dann, dann beenden wir mal die Folge, oder? Ja, würde ich sagen, dann machen wir direkt zeitnah weiter und dann, jawohl, bollern wir die da gleich mal weg. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.